Modellversuch zum Aufbau der Atomhülle Bei dem vorliegenden Versuch wird ein Luftballon mit einem Wolllappen abgeringen. Anschließend nähern Sie ihn an einen Wasserstrahl. Sie erkennen, dass der Wasserstrahl abgelenkt wird. Durch das Aufreiben hat sich der Luftballon aufgeladen. Eine solche Aufladung entsteht immer dadurch, dass man Elektronen von einem Gegenstand abstreift oder auf ihn überträgt. Die Elektronen sind einer der verschiedenen Bausteine, aus dem die Atome zusammengesetzt sind.